So, du kannst... Was geht ab, ihr Liebte? Wir haben heute richtig geile Aufnahmen gefilmt. Und wir haben sogar das erste Mal so richtig mit Make-up. Also, du weißt nicht, so how to create a demon level. Sondern so richtig mit Make-up gearbeitet. Und es ist geil geworden. Sieh jetzt selbst. Arbeitsmoral auf dem Höhepunkt. Leute, ich werde gleich mitgegengezogen. Hier sieht man schon, ich bin ordentlich festgemacht. Ordentlich lustig, hoffentlich. Siehst mich aus, hier sonst keiner. Das traue ich keinem an. Das ist ein kleiner Shot. Wir müssen mal schauen, das Monster sieht man. Du musst ein bisschen weiter rechts. Ich hab Kacka gemacht. Ja. Und dann ist es los. Und dann ist es los. Das Monster ist nicht ganz drin. Ja. 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 Und go. Leute. Drehtag ist vorbei. Wir haben es geschafft. Es waren wirklich coole Aufnahmen dabei. Vielleicht kann man sogar ein paar reinschneiden in Smacking. Ich weiß es nicht, was wir hier haben. Aber weiß es nicht. Mal gucken. Aber war wirklich super cool. Ich bin super dreckig. Ich hab einen total dreckigen Windeln. Und ja. Werden sie mich waschen oder gehen wir einen Burger essen. Ist dann. Der Film wird cool.